Frau Klöckner, Entschuldigung. Wenn es um Frauenrechte geht, wünscht man sich nicht solche Kämpferinnen wie Sie. Sie kämpfen gerade die Grünen. Sind es doch gewesen, die grünen Frauen, die für Emanzipation gekämpft haben und sehr gerne mit Symbolen. Sie haben sich mit Vehemenz eingesetzt für das Binnen-I bei Bürgerinnen, für gendergerechte Sprache. Und wenn es um Zwangsverheiratungen geht, wenn es um die Frage der Vollverschleierung geht, haben wir dröhnendes Schweigen bei den Grünen. Entweder gilt die Frau, und dann zählt auch nicht die Masse. Ob ich jetzt 200 sehe, bei uns gilt das Individualrecht. Wir wollen auch, und das haben wir zu Recht gemacht, die Kinder-In haben wir verboten, auch wenn es nicht die Masse gibt. Und jetzt sage ich eines ganz deutlich, Frau Roth, und auch Frau Hübsch. Zu behaupten, das sei ein Stück Freiheit, wenn man die Vollverschleierung trägt, wenn es eines nicht ist, dann ist das Freiheit. Wissen Sie, was Freiheit ist? Freiheit ist Selbstbestimmungsrecht. Dass ich selber entscheiden kann, was ich anziehen möchte. Es gibt qualitative Studien, die ganz klar belegen, was diese Frauen sagen, sie tragen. Das ist nicht so. Das ist nicht so, dass sie akzeptieren, auch wenn es in irgendeinem Welt... So, ich habe...